Hallo, hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Wolf. Heute sind wir wieder auf der fliegenden Luftschiff-Map, falls ihr wisst, was ich meine. Und genau, ich bin gespannt, wer der Wolf wird, ob es neue Sachen gibt oder ob ich endlich meinen Masterplan vollfüllen kann und alle töten. Was noch nie geklappt hat, ich hab noch nie alle getötet, aber es wird was, okay? Versprochen, diese Folge ist meine Folge. Ding! Ding! Du hast es nicht erwartet, Ronja! Dingelingeling! Du, hast es ernsthaft nicht erwartet? Wow. Ich bin Todler? Was? Was bist du? So. Stimmt, man kann immer noch... Haben wir jetzt eigentlich den aggressiven Tobias? Das ist jetzt meine Frage. Ey, der gibt's im nächsten Update, okay? Er hat mich eingefügt. Oh. Wartet mal. Oh, Lady! Oh Gott. Töten wir alle Tops? Haben wir uns da jetzt verstanden, oder? Wie sieht's aus? Töten Sie, wenn ihr ihn seht. Also, ich töte Tops, wenn ich ihn sehe. Wollte ich nur mal sagen, als Statement. Das ist... Das ist jetzt so. Oh. Okay. Ich hab's gefunden gerade. Oh. Mein. Gott. Das ist verrückt. Ich kauf mir jetzt... Ich kauf mir jetzt direkt was im Shop, weil letztes Mal... Also, letzte Runde hab ich mir... ...unzu viel kaufen wollen, damit ich einfach... ...von einem gewissen Herrn aus der Map geworfen war. Das ist, äh, traurig, oder sowas? Vor allen Dingen. Vor allen Dingen. Okay. Tops ist bei mir. Er hat nix getan. Ey, Tops, du wärst fast selber gestorben, weil du in mein Schwert gerannt bist, gell? Nein, eigentlich... Was? Wie passiert das? Also, wie rennt man das Schwert von anderen? Das ist das... Ah! Ah, Flo hat mir... Oh? Oh, Leute. Ich wollte gerade deine Blitzer erwischen. Die auch von... Ja. Nö, nö. Ich glaub, das Wetter ist nur nicht so gut heute. Also, es ist Flo. Ja. Ich fühl's nicht! Nein! Es ist kein Schatz hier, ich verdächtig, oder nicht? Okay, das ist... das Gute heute Wetter. Äh, äh, das... Das... Das ist... Das ist schön. Ich hab'n Holzschwert. Ich hoffe, du fühlst dich auch bedroht. Oh, Leute! Hier ist ein Chanting-Table. Ein Command Link-Layl. Das ist ganz an der Spitze von der... Windmühle. Von der Wind... Von der Windkühle, genau. Von der Winterkuh. Ja, genau. Von der Winterkuh. Von Tops. Was willst du... Ha? Tops ist der Traktor. Was seid ihr denn? Ja. Ich seh' euch nicht. Ohne Reifen. Ich find's beunruhigend, dass ihr gesagt habt, dass ihr mich seht. Ja, ich hab' dich gesehen, Ronja. Ich hab' dich nicht gesehen. Ich hab' dich nicht gesehen. Nix, weil ich bin blind. Irgendwie, so beim Tester, was du nenn' hier. Da hab' ich dich gesehen. Gerochen. Okay. Und geschmeckt. So. So. Das ist ja ekelhaft. Ja, ich weiß nicht. Ich hab' auf und zu mal Hunger. So. Zack, zack, zack. Widerlich sowas. Ja, gut. Lass mich. Ähm. Jetzt hab' ich nen Schwert. So. Ich bin jetzt in voller Lederrüstung, möchte ich nur mal sagen. Ich bin ein Wolf. Aha. Ich glaub' auch, weil bei der Blitzfalle, oder was das war? Im nächsten Update, äh... Ich war schon sehr verdächtig. Und ne, nicht tot, aber du bist gecleared und geslowt und gestunnt und alles. Okay, okay. Da hab' ich grad' Damage genommen. Oh, Tops mit mir, Tops mit mir. Tops kill mich. Nein. Alles klar, Tops. Eben nicht. Ey, schaut mal in die Mitte. Ich zieh' den Ende. Aber der Tester ist aktiv. Wirklich? Ja, der leuchtet grün. Tester, oder? Tester, oder? Tester, oder? Tester, oder? Oh, mein Gott! Ich bin grad' ne halbe Glock nicht, das du mir abgefallen. Ich klettere die Leiter runter. Und die nächste auch. Und die sind echt lang, die Leitern hier. Entweder Tops oder richtig Rondorf ist der Wolf. Aha, alles gleich, Tops, ich wusste's von Anfang an. Ich wollte Tops schon von Anfang an töten. Tops, da bist du. Tops, da bist du. Warte, kann's sein, dass ich gründlich einfach der Wolf und gesagt hat, er kauft sich den. Und dann, äh... Ja, weil ich dich gesammelt habe... Verdammt, ich sollte eigentlich dich one-hitten, quasi, theoretisch. Ich werde nie Wolf. Ich glaube, es liegt an der Map. Ich glaube, die Map passt nicht speziell. Vielleicht hast du einfach zu viel gegessen und deswegen nicht so zu viel. Ich weiß nicht, warum dich die Waffe nicht getötet hat. Die hätte eigentlich super viel Damage machen sollen. Ich bin traurig. Ich habe gehofft, du stirbst. Was passiert bei dieser Blitzfalle eigentlich? Ich habe die letztes eingesetzt und das ist irgendwie... Das ist kein Fall, das ist das Cloudpad. Nein, die Blitzfalle. Das Gewitter. Das ist, was wir nennen. Das ist dieses Blitzding. Man kann eine Blitzfalle kaufen. Wenn ihr Wolf seid, kauft euch Lotto-Tapper. Der ist nämlich in der jetzigen Version noch ultra-Protal-OP. Ja, ich habe dich gerade gesehen. Weil der Lotto-Tapper wird genervt den nächsten Update. Alles klar, dann kaufe ich den nochmal, wenn ich Wolf bin. Was ist Auto-Tapper? Was ist Auto-Tapper, hä? Auto-Tapper. Diese AK-Waffe. Also diese ausliegenden AK. Ja, Flo! Flo hat mich gehauen. Flo ist da, um die Ecke. Ich hatte eine Panik-Attacke. Ja, aber Ronja hat mich eben nicht runtergeschlagen. Warte, 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 ich Panik-Attacke. Das ist das andere. Ich weiß nicht, warum ich dich nicht getötet habe mit der Dings. Eigentlich hätte ich super viel Damage machen sollen. Ich bin traurig. Was passiert ist, ist das passiert. Du kannst das jetzt nichts dran ändern. Das erscheint mir. Hey, Tops ist ein toller Typ. Ey, der hat so... Das würde ich mir nie denken eigentlich, aber... Hey. Rätst dir ruhig ein. Denk dir einfach, Tops ist ein Typ. Ach, ja. Tops existiert. Ja, genau. Zu unserem Bedauern. Leider. Ich habe kein Schwert. Du bist auch so lieb, Ronja, weißt du. Du bist ja einfach so gütig und herzensgut. Ich habe einen Rubin. Ich habe keinen Rubin. Ich habe einen Rubin. Ja, einen Rubin. Ronja, ist bei mir jetzt da? Ja, dann mache ich dich kaputt, wenn du hier Ärger willst. Wenn ich Ärger... Ja, ich habe dich jetzt runtergeworfen. Nur, dass du es weißt. Stehe ich auch zu. Würde ich wieder machen. Hoppala, Jump'n'Run ist nicht so meins, hm? Ronja, 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 du hörst einen Schrei zum Frühstück. Ich höre keinen Schrei. Du hörst keinen Schrei. Schlagschluck. Du bist Job, du hörst keinen Schrei. So. Oh, warte, ich muss hier rüber. Und dann, schwuppdiwupp, bin ich hier oben. Und dann Jump'n'Runne ich mich hier durch und falle und falle und falle. Wo bist du? Wo bist du? Ich sehe dich. Ich sehe dich einfach, wie du da einfach bist und einfach klickst. Ich versuche irgendwas zu machen. Ist mir egal. Ey, komm, wenn ihr hier frech müsst, dann... Ey, aus! Hoppala. Oh, warte, was? Das war aus Versehen. Oh mein Gott. Random Killing. Das war nicht, weil du kennst, ich wollte ihm nur eine, so, so, eins über zehn. Das ist immer, wenn man die Leute tötet, die man eh eigentlich töten wollte, und dann sind die auch noch der Wolf, dann ist es einfach Jackpot. Dann bist du so, ja, ja. Weißt du was? Okay, Leute, wisst ihr was? Ronja ist ja eine sehr, äh, redet grad sehr verdächtig, ne? So denke ich mir so. Also ich bin nicht der Wolf. Wenn ich Wolf wäre, wäre ich schon, wäre ich schon ganz woanders. Alles klar, Topps ist der Wolf. Hoppala, Hoppala, wir haben's gesehen. Okay, du hast gesehen. Hoppala, ich hab's ganz genau gesehen, was du gerade gemacht hast. Alles klar. Dann töten wir Topps, ha? Schatz, ich hoffe, bleibt uns ja nicht wirklich was anderes übrig. Äh, ich hab leider auch noch nix, aber ich bin, ich bin dran, eins zu kriegen bald. In der Zukunft. Nah oder fern. Ich bin Ronja, ich esse gerne Kinder zum Frühstück. So tief ist meine Stimme nicht. Doch. So tief kommt's aber rüber. Ich bin Tobias. Wenigstens hat sich keine hohe Stimme wie Topps. Ha, ha, ha. Uh, ich hab acht Rubine. Was kann ich mir von acht Rubinen kaufen? Nichts. Schade, okay. Aber ich bin, ich bin bald dran am Diamantschwert. Wie gesagt, nur noch. Mit Topps. Ey. Dann töte ihn, töte ihn, töte ihn. Ich hab nicht meinen Schmerz. Oh, Topps töte mich. Ja, er ist der Wolf. Ich hab den, das war schon klar. Und ich hab kein Schwert. Wow. Ah, ja, ja, ja. Okay, ich brauch jetzt erstmal... Topps, meine Königin. Ja. Topps, Schande über deine Haut. Kann man hier reporten? Ja, fand ich auch gut. Ich will, dass Topps gewandt wird. So, was haben wir denn hier? Ah, ich kann mir nichts leisten! Haha. Ich tilte. Geschieht dir recht. Uh, ich will... Ich glaub ich hol mir schon mal einen Sicherheitsbogen, damit ich notfalls schießen kann. So trenne ich mir. Ah, ich hab schon Schuhe. Oh, Topps hab ich gesehen. Topps hab ich ganz gerne gesehen. So, du hörst einen Schrei. Topps, Topps, nein. Ich hätte jetzt nicht raus. So ist der Wolf los, der Wolf. Ich steh die ganze Zeit ab. Ich war nicht mal da. Ich war nicht mal da. Juni war bei Topps. Hä? Was? Hä? Was ist das mit Julian? Ich hab Angst. Ich hab jetzt Angst, dass du der Wolf bist. Deswegen sag ich's dir nicht. Ich war nicht mal da. Er war drüben. Ich hab's nicht gesehen. Ich kenn keine von euch trauen. Woher weißt du was du... Hä? Ich hab grad auch mit ihm so gesneakt. Ich hab sie gesneakt. Ich hab sie gesagt, hey. Ja. Ich vertraue niemandem. Ja, ja. Okay. Man vertraut niemandem. Ich warte jetzt hier mal auf dem Turm. Wenn der Wolf raufkommt, töd ich euch. Alles klar. Aber... Das ist ne Gewinnerstrategie, meinst du? Das haben wir auch immer gemacht. T-t-t-t-t-me. Wenn ich das auf meinen Freuden geschmiert erfriere. Ja, ja. Wenn ihr auf den Leuchtturm kommt, dann seid ihr tot. Ja, ja. Das hab ich auch gemacht. Warte mal. Hä? Habt ihr auch irgendwie den Schafschock nicht? Flo ist bei mir, Flo ist bei mir. Ja, wenn ich Wolf wäre, hätte ich den Schafschock nicht. Ja, das ist ja schön. Ich weiß nicht, wo du bist und ich weiß nicht, wo Flo ist. Ich bin oben drauf. Der probiert mich jetzt gleich irgendwie anzugreifen. Obendrauf wo? Auf der Windmühle. Ach, da oben bist du. Auf welcher Windmühle? Du hast auch so zu tun, als ob du's nicht weißt. Du wirst mir eben irgendwie bei mir entgegen... Ah! Entschuldigung doch. Oh mein Gott. Ich greif jetzt absolut nur Spiele an. Das sind crazies. Warte. Okay, das ist... Welches ist die Windmühle? Ist die Windmühle das mit dem Jump'n'Run drinne? Äh, ja. Ich bin... Ich hab dich grad gesehen, Ronja, aber... Ich hab keine Ahnung, wo die Windmühle ist. Ich bin kein Wolf. Wirklich nicht. Bin ich... Ach, das ist es, die Windmühle. Ich hab ja gerade gefragt. Keiner hat mir geantwortet. Ja, ich... Ich hab dich nur grad gesehen. Ich weiß ja nicht, wo die Windmühle ist und läuft da drauf. Ah, okay. Das ist tatsächlich scheinbar also die Windmühle hier. Wo seid ihr denn? Ihr seid nicht bei der Windmühle. Ich bin unten. Ich bin im Dungeon drauf. Du bist im Dungeon, alles klar. Ich kann mir nix kaufen. Warum kann ich mir nix kaufen? Weil du arm bist. Weil mir spielt so ein bisschen Schaf. Du bist ein Obdachloser. Flur riecht nach Käse. So, jetzt hab ich's dir gegeben. Jetzt musst du anfangen zu weinen. Kann ich mir hier wenigstens drauf kaufen, bitte? Ich kann mir hier nix kaufen. Hey, warum ist das denn? Ja, weil du der Wolf bist. Deswegen kannst du nichts im Schafstock kaufen. Ganz offensichtlich. Exposet. Exposet. Ronjolf. Aus. Börse, Ronjolf. So, jetzt hab ich genug Geld für'n Weapon Case. Ich weiß, Freude ist groß. Dim, didim, didim. Wenn ich dir, wenn ich dir Gold gebe, kannst du mir auch n' Weapon Case kaufen. Nö. Bitte. Ich kann mir nix kaufen. Ups, kannst ich nämlich keins kaufen, weil da der Wolf ist. Hä? Ja, ich kauf dir ganz sicher keins, Tops. Bitte. Und so würde ich ja deine Chancen zu gewinnen erhöhen. Ja, bitte. Ja, dann komm ja. Wo bist du? Ja, vor der Windmühle. Pass auf, bloß bei dir. Ey, wenn mich jetzt einer schubst, mach ich, dann hasse ich euch. Okay. Pass auf. Wer war das? Was denn? Tops, oder? Ich hab ein bisschen Angst. Einer von euch ist der Wolf. Ich will euch nicht beide töten, aber einer von euch ist der Wolf. Und du machst es einfach. Aber ich wär bereit, es zu tun. Instrumentalität von einem Wolf. Komm mal her, komm mal her. Du kriegst Rubine. Du kriegst Rubine. Wenn ich sterbe, dann sag einfach mehr. Ich sage nur, die Gefahr ist groß. Ja, aber komm mal her, du kriegst Rubine. Weil ich hab, ich hab wirklich nur einen Holzschwerter. Ich hab, ich hab einfach nichts. Ich kann mir nichts im Job kaufen. Du bist, ja, das ist typisch für einen Wolf. Das ist typisch. Ah, ja, okay. Weißt du, Ronja, du bist einfach ziemlich misstrau. Hat dir schon jemand gesagt? Ich habe kein Geld. Du bist der Wolf oder Flo ist der Wolf. Denn ich bin es nicht. Julian weiß ich nicht, wo der ist. Ja, das könnte, ich könnte auch einen Haufen. Ich hab kein Geld für einen Wolfsuche. Was kostet der denn? Das ist wahrscheinlich eh nur du oder, äh, du oder Tops. Oh nein. Ich werde Fallschaden sterb, ich sehe es schon kommen. Äh. Und ja, ich bin jetzt hinter dir, ich bin hinter dir. Ja, ich hab dich gesehen. Äh, kannst du mir hier was kaufen, bitte? Ich hab getestet. Was hättest du denn gerne? Diamantschwert. Kannst dir auch eins holen. Warte. Ey, das Ding ist, ich kann mir grad nichts, irgendwie grad nichts holen, das ist grad richtig. Oh, oh. Flo ist, 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 ich töte ihn, ich töte ihn. Ah, 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 ah. Oh, was führst du mich denn? Hä, weil du angegriffen hast, damals auf einmal dunkel wurde? Das, 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 ich hab das hier schon aufgesagt. Ich glaub, das war das erste Mal, dass Ronja und ich irgendwie kooperiert haben mit irgendeiner Art im Hai. Und das war es noch schön wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ja, dann lasst einen Daumen hoch da und einen Kommentar. Und abonniert den Kanal, damit ihr keine Wolf oder Phönix oder Frag mich was Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschau!